Der Terrorangriff des 11. September. Die gewaltige Einschlagskraft des Flugzeugs führte nicht dazu, dass die Twin Towers auf diese Weise in Schräglage gerieten. Vielmehr blieben die Türme mehr als eine Stunde lang standhaft. Trotzdem fielen die Türme zur Überraschung der Welt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ein senkrechter Fall. Die Hauptursache für den seltsamen Einsturz war die Bauweise der Türme. Die sogenannte Perimeter-Tube-Konstruktion, zu deutsch etwa gerahmte Röhrenkonstruktion. Die Betonböden des World Trade Centers werden von diesen Trägern gestützt. Beim Absturz des Flugzeugs erhöhte die Verbrennung von Kerosin die Temperatur und führte zum Nachgeben der Trägerbalken. Könnt ihr uns sagen, welche Folgen ein schwerer und durchhängender Boden für das Gebäude hat? Wartet, wartet, wartet. Wir sind viel zu hastig. Wenn wir die Physik hinter dem Einsturz richtig verstehen wollen, müssen wir zuerst die Geometrie und die Konstruktionsdetails dieses Gebäudes verstehen. Die Röhrenkonstruktion entsteht, wenn man gleichmäßig verteilte Säulen in einem Gebäude in einer Rohr-in-Rohr-Anordnung anordnet. Diese Büroflächen waren unglaublich elegant, komfortabel und geräumig, ohne störende Säulen innerhalb der Bürobereiche. Nur deshalb haben sich die Ingenieure bei beiden Wolkenkratzern für diese einzigartige Röhrenanordnung entschieden. Damit wir diese Entscheidung richtig einschätzen können, sollten wir das Design dieser Büros mit dem des Empire State Buildings vergleichen. Wie man sieht, verbrauchen die riesigen Säulen hier eine Menge nützlicher Bürofläche. Bei genauem Hinsehen werdet ihr feststellen, dass sich nicht eine einzige Außensäule über die gesamte Höhe des Turms erstreckt. Stattdessen ist er eine Ansammlung von vielen vorgefertigten Paneelen. Ein einzelnes Paneel besteht aus drei Säulen, die drei Stockwerke hoch sind. Diese Panele werden dann durch Brüstungsplatten zusammengehalten. Statt eines geradlinigen Ansatzes verbanden die Ingenieure die Panele immer wieder in aufsteigender Reihenfolge der Höhe. Diese Methode sorgte für eine gute Steifigkeit der Außenstützen. Diese unscheinbar wirkenden, aber gigantischen Kräne, die Kängurukräne genannt werden, spielten eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Baus des World Trade Centers. Könnt ihr anhand dieser Animation erkennen, wie dieser innovative Kran von selbst nach oben klettert? Wird der Kolben aktiviert, steigt der Kran in die Höhe. Dank dieser interessanten Stützstruktur, die sich nur zu einer Seite hin beugen kann, bleibt der Kran in dieser Position stehen. In dieser Phase wird der untere Teil des Kolbens wieder eingezogen. Wieder tritt der einseitige Stützmechanismus in Aktion. Nachdem der Kran nun richtig steht, ist es an der Zeit, die Rahmen an der Basis zu befestigen, um ihn zu stabilisieren. Wie der Kran klettert, sieht cool aus, oder? Will er in die Höhe klettern, muss er einfach dieselbe Bewegungsfolge wiederholen. Als es an der Zeit war, das Rahmenschloss zu montieren, unterstützten ihn die benachbarten Kängurukräne. Die World Trade Center Türme gehörten zu den ersten in den Vereinigten Staaten, die diese innovativen Kräne einsetzten. Ist euch aufgefallen, was dieser Arbeiter hier macht? Dank dieser einfachen Technik hielten die Türme nach dem Anschlag mehr als eine Stunde lang Stand, bevor sie einstürzten. Es handelt sich um eine Sprühschaumisolierung. Wird diese spezielle Flüssigkeit auf eine Metalloberfläche gesprüht, bildet sie eine schaumartige Struktur. Im Brandfall kann dieser Schaum die Hitze daran hindern, den Stahl für ein oder zwei Stunden zu erreichen. Diese nützliche Technik schützt das Gebäude, bis die Rettungskräfte vor Ort sind und das Feuer unter Kontrolle bringen können. Die Träger und Säulen der Twin Towers waren mit dieser Sprühschaumisolierung bedeckt. Kommen wir nun zur zweiten wichtigen Komponente der Konstruktion, dem Kern. Auch wenn der Kern nur ein Viertel der Fläche einnimmt, trägt er den Großteil der Last des Turms. Die einzelnen Säulen des Kerns wurden mit der jeweils darunterliegenden verschweißt und hatten je eine Höhe von etwa 30 bis 50 Metern. Später wurden in jedem Stockwerk I-Träger angebracht. Wenn man den Einsturz des World Trade Center Turms näher betrachtet und analysiert, wird deutlich, dass im Grunde alle Stockwerke nacheinander einstürzen. Damit wir den Einsturz besser verstehen, wollen wir etwas über die Verbindung der Stockwerke des World Trade Centers lernen. Eine Verbindung der äußeren Säulen und des Kerns bei der großen Spannweite von 18 Metern war nur durch eine Trägeranordnung möglich, denn die Balken wären sonst durchgesagt. Um den Bau zu erleichtern, wurden Teile des Bodens vorgefertigt. Anschließend fügten sie einige der Träger zusammen und sicherten sie, indem sie eine Stahlplatte über sie legten. Die Träger sind mit den Säulen auf eine ziemlich einzigartige Weise verbunden. Die Verbindungen wurden durch diese winzigen und entscheidenden Stahlsitze ermöglicht, die Hauptursache für den Einsturz und in den Berichten der Regierung am seltensten erwähnt. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Obergurt des Trägers ruht auf diesem umgekehrten L-förmigen Stahlstück. Dieser Sitz wird dann über die winzigen Abstandsplatten mit der Brüstungsplatte verschweißt. Behaltet diese Verbindungsdetails im Hinterkopf, denn sie spielten beim Einsturz der Türme eine entscheidende Rolle, wie wir später noch erfahren werden. Interessanterweise wurden die Knotenpunkte des Trägers so gestaltet, dass sie aus der Stahlplatte herausspringen. So können die Bewährungsstäbe später beim Betonieren die Verbindung mit dem Stahlsystem verstärken. Beachtet bitte, dass bei dieser Bodenkonstruktion der Stahlträger frei liegt. Nachdem der Beton an Ort und Stelle gegossen wurde, sind die Böden der Twin Towers fertig, bereit für die großzügigen Großraumbüros, die wie warme Semmeln ausverkauft waren. An der Spitze jedes Turms befand sich ein viertes, wichtiges Strukturelement – der Hutbinder. Diese riesige Binderkonstruktion diente als Brücke zwischen dem Kern und den Außenstützen. Außerdem diente der Hutbinder als Stütze für eine Antenne auf der Spitze des Turms. Da wir jetzt die gesamte Struktur der World Trade Center Türme behandelt haben, kommen wir nun zur Physik, die hinter dem faszinierenden Einsturz des Kartenhauses steckt. Als das entführte Passagierflugzeug in den nördlichen Turm stürzte, zerbrach das Labyrinth der umlaufenden Säulen in sechs bis acht Stockwerken. Durch den Aufprall wurden auch etwa 60 Prozent der Kernsäulen beschädigt. Auch die Fahrstühle und Treppenhäuser wurden beschädigt, sodass etwa 1600 Menschen im Turm eingeschlossen waren. Die Wucht des Aufpralls des Boeing-Jets hätte zu einem solchen Einsturz des Turms führen können. Tat dies aber nicht dank des starken Fundaments des Gebäudes. Und dank tausender dieser winzigen viskoelastischen Dämpfer im Gebäude. Diese gummibasierten Dämpfer fingen einen Teil der Aufprallkraft ab. Diese Dämpfer gaben den Türmen eine unglaubliche Flexibilität, sodass sie an einem windigen Tag bis zu 30 Zentimetern schwanken konnten. Darüber hinaus standen die Türme noch über eine Stunde lang nach dem Einschlag. Sogar nachdem ein riesiges klaffendes Loch in den Säulenwänden hinterlassen worden war. Möglich war das, weil die verbleibenden Säulen, sowohl die Rand- als auch die Kernsäulen, das Gewicht des Gebäudes über dem Einschlagbereich sehr gut tragen konnten. Wenn also die verbleibenden Säulen so gute Arbeit geleistet haben, fragt man sich, was genau zum Einsturz des Turms geführt hat. Auslöser des Einsturzes war der enorme Temperaturanstieg nach dem Einschlag. In den sechs bis acht Stockwerken verbrannte eine große Menge Kerosin und führte zu einem starken Temperaturanstieg. Hätten die Träger nicht die Wärmeschutzbeschichtung, die wir zuvor im Video besprochen haben, wäre der Turm wahrscheinlich schon nach 10 bis 15 Minuten eingestürzt. Aber dank des Wärmeschutzsprays wurde der Einsturz um über eine Stunde verzögert. Der brennende Treibstoff verursachte eine Hitze von satten 1000 Grad Celsius. Zwar schmilzt Stahl bei 1000 Grad Celsius nicht, aber er wird dennoch weich und hätte den Träger wie gezeigt zum Durchhängen gebracht. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich ein durchhängender Betonboden auf die umlaufenden Rohre auswirken würde? Ich habe zwei Bodenkonstruktionen vor mir. Die erste hat einen geraden Boden und die zweite einen Boden mit einem Knick. Wenn ich auf den ersten Entwurf Kraft ausübe, auf dem geraden Boden ist das tatsächlich eine Schwerkraftlast, ist das für die Wände kein Problem. Sie sind stabil, richtig? Wenn wir aber die gleiche Kraft auf die zweite Konstruktion, den durchhängenden Boden, ausüben, sieht man, dass sich die Wände nach innen biegen. Das ist eine enorme Verbiegung. Das Gleiche passierte auch im World Trade Center. Und diese Delle ist in einigen der Einsturzvideos deutlich zu sehen. Das heißt, dass das Gewicht des nachgehenden Betonbodens die Säulen im Inneren des Gebäudes verbiegen würde. Denkt daran, dass auch die umlaufenden Rohre durch den Temperaturanstieg geschwächt werden. Sehen wir uns also an, welche Auswirkungen eine Verbiegung auf die Konstruktion der umlaufenden Rohre hat. Diese simple Dose entspricht der Konstruktion eines umlaufenden Rohrs. Überraschenderweise kann eine so kleine Dose das Gewicht von drei großen USVs aushalten. Aber wenn man eine kleine Delle in die Dose macht, bricht sie einfach zusammen. Schaut man sich die Details an, oh Gott, es war ein perfekter vertikaler Einsturz. Das kann man sehen. Dasselbe geschah auch bei der Konstruktion des Außenbereichs des World Trade Centers. Ähnlich wie bei dem Experiment. Wenn eine axiale Kraft auf ein Rohr mit einer Beule einwirkt, bricht es im Bereich der Beule einfach zusammen. Das ist ein klarer Fall von Knicken. Ihr habt wahrscheinlich alle schon einmal ein Knicken erlebt oder zumindest gesehen. Knicken tritt auf, wenn eine Drucklast in axialer Richtung auf einen schmalen Balken wirkt. Durch die Beule ist das Knicken bei einer wesentlich geringeren Belastung aufgetreten. Kann der stabile, zentrale Kern die oberen Stockwerke vor dem Einsturz bewahren? Leider nein. Das kann er nicht. Wie wir bereits gesehen haben, sind die Stockwerke nur schwach mit dem Kern verbunden. Durch die hohen Temperaturen wurden diese Verbindungen noch weiter geschwächt. Beim Einsturz der Böden durch die Delle würde die Stütze des Kerns einfach brechen. Da fast keine Verbindung zum Kern besteht, ist die Folge klar. Der Einsturz der gesamten oberen Stockwerke nach unten. Das Gewicht der obersten 15 Stockwerke entsprach dem der Titanic und lag bei sage und schreibe 38.000 Tonnen. Zusätzlich stürzten auch der Hutbinder und die Boeing herunter. Durch die plötzliche Wucht des Aufpralls dieses enormen Gewichts wurden unteren Etagen zerstört. Aufgrund der enormen Aufprallkraft und des entstehenden Drucks knickten auch die umliegenden Rohre fast unmittelbar ein. Dadurch wurde eine fatale Kettenreaktion ausgelöst und ein Stockwerk nach dem anderen stürzte ein. Auch das Gewicht nahm mit dem Einsturz des Gebäudes weiter zu. Wenn ihr euch die Aufnahmen der Tragödie angeschaut habt, habt ihr sicher gesehen, wie die Säulen während des Einsturzes zerfetzt wurden, weil sie sich verbogen. Der nördliche Turm stürzte in 13 Sekunden ein und der südliche brauchte nur 11 Sekunden. Habt ihr gewusst, dass genau dieses Szenario getestet wurde, bevor die Türme gebaut wurden? Beim Flugzeugabsturztest hielt diese Turmkonstruktion gut genug Stand. Die Ingenieure haben jedoch zwei Bedingungen nicht berücksichtigt. Eine davon war das Feuer, das von den vielen Litern Kerosin ausging und die zweite war die Flugzeuggröße. Zum Testzeitpunkt war das größte Flugzeug, das die Ingenieure in Betracht zogen, eine Boeing 707, die nur halb so groß war wie das Flugzeug, was tatsächlich einschlug. Das One World Trade Center, das an der ehrenvollen Position der Zwillinge errichtet wurde, umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Rettungsstrategien und des thermischen Designs des Gebäudes. Im One World Trade Center haben die Ingenieure eine dicke Wand aus Stahlbeton um die Ausstiegstreppe herum gebaut. Diese dicke Betonwand bildet den Kern des Gebäudes. Aus naheliegenden Gründen wichen sie von der Stahlkernkonstruktion ab. Im Falle eines Flugzeugaufpralls bleibt der Betonkern stabil. Bei den Böden wurde diesmal kein Teil der Stahlkonstruktion freigelegt, sondern sie wurden komplett mit Beton überzogen. So wird verhindert, dass sich die Stahlkonstruktion des Bodens bei einem Temperaturanstieg durchbiegt. Zudem hat die Regierung viele neue Vorschriften für die Gebäudesicherheit erlassen. Durch diese neuen Sicherheitsmaßnahmen ist das neue One World Trade Center das höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre. Jetzt, wo ihr die physikalischen Grundlagen des Einsturzes gut versteht, habe ich eine interessante Frage für euch. Nachdem er getroffen wurde, hielt der nördliche Turm eine Stunde und 42 Minuten lang Stand, bevor er einstürzte. Der Südturm hingegen stürzte in nur 56 Minuten ein. Was könnte der Grund für diesen Zeitunterschied sein? Die Ursache ist das Gewicht der Stockwerke über der Einsturzstelle. Der Einsturz des südlichen Turms erfolgte 14 Stockwerke tiefer als der des Nordturms. Das heißt, dass der Südturm während der Zeit, in der der Treibstoff verbrannte, eine wesentlich höhere Last zu tragen hatte. Das würde natürlich zu einem leichteren Einknicken führen. Aus diesem Grund stürzte der Nordturm, auch wenn er zuerst getroffen wurde, als zweites ein. In der Regel spielen die Treppen im Brandfall eine entscheidende Rolle bei der Evakuierung. Aber in diesem Fall konnten die Treppenhäuser nur wenige Menschen retten. Der Hauptgrund dafür war, dass die meisten Treppen durch Gipstrümmer blockiert wurden. Auch lagen alle Treppen im zentralen Kernbereich. Berichten zufolge war die A-Treppe des Südturms die einzige, die nutzbar war. Viele Leute vergleichen den Einsturz des Empire State Buildings von 1945 mit dem Anschlag von 9-11. Das Empire State überstand, aber das World Trade Center nicht. In Wahrheit sind die beiden Ereignisse einfach unvergleichbar, wenn man sich die Größe des Flugzeugs anschaut, das an dem Absturz beteiligt war. Beim Empire State Building handelte es sich um ein kleines Bombenflugzeug, während das World Trade Center von einem riesigen Passagierflugzeug getroffen wurde. Es ist unglaublich, mit welcher Sorgfalt die Ingenieure das Fundament der Twin Towers konstruiert haben. Im Boden und um das Gebäude herum kann man eine seltsame Betonwand sehen. Diese sogenannte Schlitzwand hat vor allem die Aufgabe, das Eindringen von Wasser aus dem nahegelegenen Hudson River zu verhindern. Schaut euch die Art und Weise an, wie sie die Betonwände mit Rückhaltekabeln verstärkt haben. In sieben Stockwerken Tiefe konnten die Ingenieure einen starken Felsuntergrund ausfindig machen. Das Betonfundament für das Gebäude wurde von hier aus weitergeführt. Die Ingenieure nannten diese neue Fundamenttechnologie eine Badewanne. Bemerkenswert ist, dass das Badewannenfundament auch zwei Tunnel beherbergte. Das solide Fundament war der Hauptgrund dafür, dass die Aufprallkraft eines so gigantischen Flugzeugs das Gebäude nicht zum Einsturz bringen konnte. Die Twin Towers wären vielleicht nicht eingestürzt, hätten die Terroristen das Gebäude etwa fünf Stockwerke über dem eigentlichen Einschlagpunkt getroffen, oder hätte man statt einer Rohrkonstruktion eine normale Stahlskelettkonstruktion verwendet. Vielleicht hätte der Einsturz auch vermieden werden können, wenn die Ingenieure eine robuste Verbindung zwischen Boden und Kern verwendet hätten. Auch die Terroristen, die hinter dem Anschlag steckten, konnten sich wahrscheinlich nicht sämtliche physikalische Vorgänge nach dem Flugzeugabsturz vorstellen oder gar einen so gewaltigen Gebäudeeinsturz voraussehen. Die Physik ist manchmal grausam. Man kann die riesigen Trümmermengen sehen, wie nach dem Einsturz der Twin Towers entstanden sind. Als die Trümmer weggebrannt waren, konnte man überraschenderweise eine Säule sehen, die standhaft blieb. Diese Säule stammt aus dem zentralen Kern des Gebäudes. Ich weiß, dass ich auch nach all diesen wissenschaftlichen Erklärungen über den Einsturz im Kommentarbereich lesen darf, was es mit dem Turm des World Trade Center 7 ist. Er stößt da ein, obwohl er vom Flugzeug unbegriffen ist. Auch hierfür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, aber nicht in diesem Video. Dieses Video ist schon 15 Minuten lang. Gebt mir einfach eine Woche Zeit, auch diesen Teil werden wir noch behandeln. Was die tapfere Säule angeht, sie befindet sich jetzt in einem Museum, das der World Trade Center Gedenkstätte gewidmet ist. Und die Säule steht immer noch dort. Aber wenn ihr wollt, dass dieser Kanal bestehen bleibt, unterstützt uns bitte auf Patreon. Finanziell geht es uns nicht gut. Wir hoffen auf eure Unterstützung. Macht's gut, tschüss. Hartstahler-Kartner